Jetzt kommt das Beste aus Outlast. Nichts für schwache Herzen, jetzt geht's los. Warum bist du so, wie du bist? Und ihr bleibt cool, genau wie ich. Ihr bleibt cool, ihr bleibt cool, ihr bleibt cool, du bist cool. Lauf, 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 lauf. Oh, leck mich doch. Scheiße. Warum guckst du denn da hin? Oh, hi. Scheiße. Ach, du bist hässlich. Wir gehen mal in die Frauenumkleide. Dann halt nicht. Wäre ja mal eine Idee gewesen, mal was Nettes zu sehen, was mich aufhaltet. Ah! Meine Güte. Gut, dass er... Ich komme jetzt langsam rauf, ich bin unbewaffnet. Hab die... Hab die Hosen voll. Oh, fuck! Oh, der ist fix! Die alte Schrottenelle. Oh, oh. War Rider in Lacken. Oh, das ist gar nicht der War Rider. Gib, 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 gib. Gib dem Engpass eine Chance. Hey, 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 hey. Äh, achso. Hunger, gib alles! Ich hab wieder nicht reagiert. Lauf! Das hätte ich von vorne rein wissen müssen. Ich hoffe, mir zu spielen, bring es hinter dich. Ich bin wie ein... Nein! Oh Gott, nicht diese Haltung. Aber ich bin davon nicht beeindruckt. Nö! Nö! Arschloch! Tschüss! Oh fuck! Scheiße, da macht mich kalt! Oder wenigstens... Alter, ich brauch die Finger nur noch. Es geht auf... Ich werde erstmal mit abhauen, Junge. Ja! Rückel ihn ab, schüttel ihn ab! Oh, ah! Oh! Falscher Spind! Yay! Hahaha! Das hat er nie gewonnen sehen, dass ich hier im Schrank bin. Niemals! Du findest mich nicht, du bist nur ein dicker... Penner! Hier müssen wir durch. In die Cafeteria. Oh fuck! Was nimmst du von mir? Nein! Kuchen ist aus! Fuck! Hallöchen! Hallöchen? Die Typen! Alter! Der ist übelste. Sind die ja nicht, die sind ja voll entspannter. Kamera, nein! Nein! Shit! Nein! Weg ist er! Ich hab so ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ja! Hahaha! Hi! Spielst du gerne Klavier? Wasch dir schön, wasch dir schön regelmäßig die Hände! Education! Yay! Also, regelmäßig die Hände waschen! vor fleischfressenden Bakterien, um sich vor fleischfressenden Bakterien zu schützen! Den Film! Oh fuck! Das passiert! Das passiert! Wenn ihr zu viel Fernsehen guckt! Hier gibt's ja noch Nachahmer von dem Dreck hier! Das möchte ich nicht! Ja, sind wir fertig hier! Ich weiß zwar nicht wohin, aber wir laufen jetzt erstmal ein Stück! Scheiß, alle Kammern sind zu! Keine Ahnung, da hinten weitet sich irgendwie die Dunkelheit aus! Ja! Das sind diese atmosphärischen Störungen, wahrscheinlich von denen gesprochen wurde! Oh, der Dicke! Oh, aber! Oh! No more escape! No more escape! Jawoll! Das ist der Wallrider, der hier grad im dicken Gewicht und zeigt, was abgeht! Okay, ist er nun gut oder böse?! Auf jeden Fall macht er den richtig kaputt! Oh oh! Morning Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen, Billy War schön mit dir Du wirst mir nicht mehr wehtun Hoffe ich Immer noch die Stimme im Kopf Komm, schau Oh Gott, endlich Oh, nein Wieso Das war das für mich interessanteste und lustigste aus Outlast Wenn euch das gefallen hat, schaut auf meinem Kanal vorbei Da gibt es mehr von mir Bis zum nächsten Mal Ciao